hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier diesen bugatti ferron transport finesse euch heute vorstellen ich hoffe ich habe es auch richtig ausgesprochen er kostet 2.500.000 euro und 127.500 euro leasing 420 kmh soll er schnell sein er hat einen 140 liter tank und eine leistung hier von 1200 ps das entsprechen hier 883 kw 1000 euro unterhalt am tag wir haben hier die möglichkeit hier der farbwahl wie wir sehen also sieht schon mal sehr sehr nice aus das ganze was wir hier natürlich hier machen können an die farben so her ja natürlich am edelsten sind doch hier diese schicken metallic farben je nachdem wie der rechner natürlich hier das natürlich aushält natürlich muss man dazu sagen den glanz ja das in den raum können wir uns auch noch hier farblich hier gestalten wie wir sehen also verschiedene farben das ganze natürlich hier sieht auch sehr edel aus das ganze dann hier die felgen gerade kommen wir machen dann müssen wir jetzt die hier mal gehen auf diese hier da können wir hier die fällen ach quatsch das waren dann die anderen so ja so darf ich das verwechselt ok also man kann hier die fällen natürlich hier auch also farblich sich gestalten entsprechend natürlich kommt auch ganz gut rüber oder hier dann diese hier die kannst du leider nicht also farb wählen als nächstes hier natürlich hier das kennzeichen haben wir jetzt rumänisch oder hier also us kennzeichen washington und dann haben wir jetzt den slow dann gibt es hier den fast motor oder wieder slow also kaufen wir den einfach mal so ich habe den so noch nicht gekauft ich glaube ich habe den link aber wir sehen hier oben hier leider hier nichts so her entsprechend so damit das gute stück das ist das glaubt 400 und 20 soll es schnell sein so ja wir haben hier eine Mietchenhupe drauf wir haben hier voll fette Batschen drauf muss man auch mal sagen Reifenspuren ja macht er aber er macht hier schmälere so langsam hier auf die Bühne rauf schauen wir gleich hier mal die Hütte mal von unten her an na so jetzt geht's so Handlampe mal angeschalten sehen wir jetzt hier unten Bodenplatte ist komplett geschlossen wir sehen hier unten ja keine Achsen und nix schade irgendwie das irgendwie man da nicht sieht aber ich muss sagen ein super schick das modell ja wir haben hier bei der kiste sind sie verbaut wie man sehen also die haube aufmachen wir können jetzt von außen da müssen wir schauen noch nicht die punkte auch finden und dann natürlich hier wir können auch die Türen auch aufmachen von außen das ganze kann man schließlich auch noch von innen machen aber aber machen wir es mal von außen steigen wir einfach mal einmal ganz auf cool man natürlich und hier wir schließen jetzt hier die Tür leider ist der Punkt jetzt weit weg wir machen das Dach wieder rauf mal schauen ob die Tür hält was er verspricht für das Geld ein ok ja wir können jetzt hier wie wir sehen hier hinten weiß nicht ob man das jetzt sieht also im Innenspiegel müsst ihr mal drauf acht geben da klappt jetzt der Heckspoiler aus schon echt nice mit so gleicher Motor für die Kühlung wahrscheinlich aber super das ganze natürlich so jetzt haben wir hier den Fast natürlich klingt gleich aber wir können hier Donuts machen jawoll ja also das ist echt cool muss man sagen ja wir werden auch gleich hier unseren Speedtest natürlich noch versuchen zu machen und ja jetzt kommt meist mal hier unser Lichttest natürlich dran so einmal das Licht eingeschalten jetzt haben wir hier mal Blinker sehen wir jetzt hier ganz schick das ganze nicht gemacht natürlich so jetzt hier mit Numbit 5 zum zuschalten jetzt Numbit 6 und Numbit 5 einmal, zweimal, dreimal, viermal jetzt geht man auch natürlich in die inneren Sicht natürlich ran Blinker leider hier innen drin hier nichts animiert Lichtinstrumente wie wir mal sehen hier also normales Licht sieht man aber hier keine Zusatzbeleuchtung oder wie Warnblinkanlage oder irgendwas aber dafür sehen wir jetzt im Dunkeln natürlich viel besser hier unser Simple Eye See natürlich die ganzen Button was man vielleicht im Licht natürlich nicht sieht so wir gehen natürlich wieder hier unsere Tagesordnung wieder über so 7 Uhr früh reicht eigentlich hier gibt auch eine schöne Ambiente sieht man hier Instrumente sind hier animiert Pedale hier genauso so Ah ja wenn wir jetzt den Speedtest natürlich machen was müssen wir da machen wenn wir uns einen Heckspoiler ausklappen ist noch nicht da ok aber jetzt da mal schauen ob ich schnell genug bin ja ich habe es versucht wir haben es ein bisschen gesehen natürlich die Animation ja und schauen wir mal wie schnell er wird wow ja das passiert halt so jetzt geben wir mal Vollgas ja ja 176 200 130 240 das war's oh da kann man Flaschen drehen spielen mit dem Bugatti tja schade um das schöne Auto ja aber ich habe es überlebt also wir schauen jetzt einfach hier die Lok mal an dann sehen wir jetzt hier ja unser Bugatti hier ist lockfehlerfrei ja ich finde er funktioniert so weit dass ganz gut schade dass er innen drin keine Animation hat der Blinker oder sowas ja vielleicht kommt das hier noch man weiß es ja nie ja ich hoffe euch hat natürlich hier mein Video gefallen wenn ja lasst doch einen Daumen nach oben da würde ich mich natürlich freuen damit sagen Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Franz Ciao Ciao